Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Chick Phantom Detective. Beim letzten Mal ist mir der Emulator ja mittendrin abgeschmiert und jetzt sind wir wieder da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, das Kapitel. Inspektor Cabanela hat gerade angerufen und die Entführerforderungen nochmal gestellt, die Erpresserforderungen. Und es scheint, er ist ein Verräter. Wie kann das sein, Inspektor Cabanela? Der Fels der Götter, der vor zehn Jahren vom Himmel fiel, hat zahlreiche Schicksale beeinflusst und eine tragische Kette von Ereignissen ausgelöst. Und sogar jetzt wird die Kette immer länger. Inspektor Cabanelas Anruf hat das bewiesen. Aber ich dachte, er hat so eine weiße Weste. Und das Größte aller Rätsel schwamm an die Oberfläche. Wer ist dieses Ich, das ich die ganze Nacht gejagt habe? Wer bin ich? Nie schien die Antwort weiter entfernt. Ja, und damit ist das Kapitel zu Ende. Das heißt, es ist kurz vorher abgeschmiert. Ich werde versuchen, ob ich das irgendwie zusammenschneiden kann. Ich habe zwar nicht die entsprechenden Programme dafür, aber vielleicht klappt es ja. Ansonsten lade ich das einfach hintereinander hoch. Naja, so jetzt sehen wir uns dann hoffentlich bei den nächsten Kapiteln wieder. Und ja, bis dann. Es wird sehr, sehr spannend jetzt. Oh ja, ich freue mich schon drauf, dieses Spiel weiterzuspielen. Naja, macht's gut! Und... Und... ... ...